Musik Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Gegnerische Streitkräfte am Horizont. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im nächsten Bereich erobern. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerische Schlachtschiff. 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 Torpedos direkt voraus. Alle Kräfte in diesem Bereich erobern. Gegnerische Schlachtschiff. Problem gelöst! Die Schlachtschiff Lege Schlachtschiff. Die Schlachtschiff. Ihr habt ihr ein. Schlachtschiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft Torpedos direkt voraus! Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft! Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft! Begegnung, das ist die Ausstellung gesichert. Begegnung, das ist die Ausstellung gesichert. Begegnung, das ist die Ausstellung gesichert. Problem gelöst! Flügabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft! Untertitelung des ZDF, 2020 Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Gefecht endet in fünf Minuten. Feueralarm! Führerarm! Problem gelöst! Führerarm! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Wow, that was a good video. Hope you guys all enjoyed that one. If I could, please remind you guys to hit the like and subscribe button, because the YouTubes, you like that, recommend my channel more and more of my videos. But as always, look down to the left and the right. I got another couple videos for you to watch, and I'll see you guys over there. So as always, take care, stay safe, and bye for now.